Und wie schaut's aus, der Weihnachtsmann? Björn, wie sieht's aus? I'm ready for the jungle jungle sounds. So, Schlepperti. Ich möchte es in das Ohr machen. Dann sieht es total schön aus. Okay, machen wir es mal hier über das Ohr. Das ist ja live hier. So, ich geb dir mal Wünsche. Ach so, du hattest jetzt gar keine Wünsche, aber egal. Ich? Also so, ich siehst man ja auch nicht. Ich würde einfach dann uns vorlaufen und gar nicht hier rumfahren. Also so, die Einstellung hast du gemacht und ich mach das dann einfach. Genau, du gehst einfach zu uns vor. Yeah, Leute. Ende. Was haben wir heute eigentlich? 11. Dezember 2017. Und jetzt haben die Jungs hier vom Professional, also das ist ja hier das einjährige Profi-Studium jetzt den ganzen Tag geübt. Unser Student und unser Dozent. Und jetzt schauen wir mal, was die Jungs hier so heute geleistet haben an einem Tag. Wenn ich was sagen darf, an einem Tag, Zingelwelt geübt im Professional-Programm. Im Professional-Programm. Ja, das soll ich ja noch nicht machen. In dem Sinne, ja, wir wünschen euch frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Ende mal. Aber jetzt, eigentlich sagt man das ja danach, in dem Fall halt mal davor. Viel Spaß mit dem sensationellen Duo Professional-Critus. Okay. Wir treten aber auf Weihnachtsengarten. Nein, 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 Oh, ich hab keinen Song mehr. Mach einfach weiter. Kommt noch was? Ist ja kaputt. Okay, ist alles live. Ist alles live. Ach so, haben wir ihn fixiert. Ah, guck mal, es geht noch. Wow, ich muss oben wieder auf C, ne? Ja, genau, da ist er. Wahnsinn, jetzt hab ich aber lauter gemacht. Jetzt ist er umgefroren, jetzt ist der Sound besser. Okay, nochmal. Schneiden wir jetzt aber nicht raus, ne? Okay, los geht's, Leute. One, two. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Yeah, cool. Gutes neues Jahr 2018, schöne Weihnachten und Feiertage. Wünscht euch euer NMA-Team. Ciao. Und vor allem auffassen, dass euch die DMs nicht umkippen, ne? Die DMs machen. Genau, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciaokap, ich weiß. Das war nicht die DMs. Vielen Dank.